und stehen noch fünf level bevor bevor wir zum final boss eindringen können das wird aber ein bisschen dauern aber zuvor machen wir ja schon mal dies level wenn wir jetzt nicht dabei krepieren möchte ich gerne das level 23 reise durch die oktakala galaxie gerne eindringen das geht nicht weil es noch mal auch mann den anfang ist wieder für den arsch auch mal komm schon bitte kann ich jetzt danke schön die begrüßung ist schon komplett für den arsch ich lasse das jetzt so drinnen egal na gut im helden top log mal wieder nice aber ich muss irgendwie immer sagen jetzt wird das von den soundtracks und wir drauf bezogen irgendwie passt das manchmal irgendwie keine ahnung für mich ist das so soundtracks passen manchmal auch direkt zu irgendeinem level aufbauen habe ich so das gefühl hat es bisschen komisch an aber hoffen man kann mir folgen und ich habe direkt gefällt auch geil na wird das jetzt noch was okay dankeschön einfach weiter auf die surfschiene drauf jetzt schon ein checkpoint ich bin gerade ein paar zentimeter gelacht und jetzt schon ein checkpoint okay schon wieder ist das level kurz oder was okay bisschen komisch bis jetzt hätte ich gerade aussehen muss und das ist nur so die als abkürzung nein ich hätte es nicht versuchen sollen einfach bei mir ist ja noch so ein hydrant wunderbar ja mal wieder diese 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 ach man wie heißen die doch mal stehen sie einfach teppiche so sind einfach teppiche ja okay ich könnte eigentlich mal einer der zweitwaffen beziehungsweise anfang machen mal etwas hoch pushen aber da wir ich weiß nicht wie viel meiner fischer braucht für die letzte stufe der heldenwaffe deswegen verspare ich mir das mal lieber auf und ich weiß nicht auf der feinde was schwer sein wird oder so whatever keine ahnung deswegen werde ich mir die für die letzte stufe für die heldenwaffe aufheben deswegen weil wie gesagt keine ahnung und da müssen wir ein bisschen okay soweit getrunken aber ich sehe fast nur checkpoints es ist hier ein kurzes level oder was ich habe so ein ganz komisches gefühl schon wieder alle paar bilder ist hier ein checkpoint what the fuck ist ja voll komisch eine kanone da gibt es auch immer einen verwendungszweck ach hier wird doch sowas okay sieht ja schon mal sehr komisch aus soll ich irgendwas teilen oder was ich gehe erstmal in die kanone gab es sinn ist es auf jeden fall auf diese auf diese ballon ist halt drauf zu schießen ich mache das jetzt einfach mal wird schon gut sein macht schon alles automatisch und das führt der da jetzt nach oben ich gehe jetzt einfach mal der surfschiene einmal entlang seitlich okay okay es hat irgendwie funktioniert wieder checkpoint das ist ein antivium da oben auf jeden fall irgendwas etwas nein 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 da gehe ich halt sterben ich will das ding ich glaube schon eine schriftrolle ich habe es nicht richtig gesehen ja komm nochmal ja jetzt richtig abspringt ja okay also haben wir schon mal wunderbar der tod musste jetzt sein hätte ich das nämlich nicht geschafft weil unser saß nämlich aus als hätte ich es nicht geschafft und wäre jetzt jetzt zum checkpoint gegangen hätte ich es automatisch verpackt deswegen musste ich das jetzt unbedingt machen haben wir hier kurz umschauen am besten aber wir schalten nichts zu sein okay dann kann man ja weiter machen sind wir da diese fliegenden und die kunden dabei auch schön wieder ein checkpoint wie gesagt ist das level wirklich so kurz oder warum hat das so viele checkpoints das hatten bis jetzt die anderen level doch gar nicht warum wurde ich trotzdem getroffen wie komme ich dann nach oben hin hey 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 kein plan überhaupt kein plan wie komme ich da hin bitteschön ja jetzt haben wir schon ein paar kacken ne hey 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 hey, hey 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 Wie Kommen mich da Bilder schon hin Ja, jetzt ist es sowieso schon vorbei Hä Ich habe aber kein Zyklen oder irgendwas gesehen Doch nicht so schnell Ach, dann halt nicht Muss ich nochmal machen Hilft ja nicht Die Schnabel verholten mich schon mal Krieg es aber nicht gebacken Ja, versuch das doch Ich bin aber nochmal hier gelandet Hä? Wo bin ich jetzt nochmal hier? Bin ich doch die falsche Strecke genommen oder was? Muss ich im zweiten Versuch nochmal nachschauen Ich habe wirklich keinen Plan Überhaupt nicht Ich glaube, ich wechsle mal lieber die Spur Und was muss ich einfach nochmal Naja, wir sind ja gleich da Ach, okay, jetzt Ja, fühlt das cool So, geschafft Aber leider ohne Schriftrolle Da ist bestimmt safe die Schriftrolle Safe Auf jeden Fall Aber ich habe keinen Plan, wie man da hinkommt Keine Ahnung Muss ich es nochmal machen Also Ja Sind uns gleich halt wieder Wenn ich die Schriftrolle Gefunden habe Also ja Bis gleich Ah, ich glaube ich habe es Ja Es habe mich nicht bemerkt Dass er noch ein anderer Weg war Alter Okay, dann wisst ihr schon mal Was ich jetzt endlich habe Und wir sehen das gleich in der Overworld wieder Gut Dann haben wir es ja soweit Wunderbar Ich habe das beim ersten Versuch Habe ich das gar nicht mitbekommen Dass er noch ein anderer Weg war Aber naja Jetzt habe ich es mir nächstes Jahr Passt Gut Nummer 23 Schriftrolle Habt ihr euch schon mal gedacht Man Mein Geheimversteck Sieht ja voll daneben aus Schnappt euch etwas Glitzerstoff Und Klebeband Und macht eure eigenen Eigene Deko Sieht gut aus Und macht Laune Probiert es mal aus Und bleibt spritzig Na gerne Weil Langeweile hat Kannst du ja gerne Gerne austesten Gut Dann geht es weiter Hier in Level 24 Kreuz und quer Über dem Meer Wunderbar Wieder vorgabe von arty Bitte keine beschissene wache Eine die ich wenigstens recht gut kann Wäre wunderbar Und schwapper Joak Okay Sieht sehr interessant aus Okay Naja Jetzt verstehe ich auch den Levelnamen Kreuz und quer Plattformspringerei Beziehungsweise Plattform zu Plattform Das wird ja spaßig Kapper Ich sehe es schon Komm Da verpasse ich dann auch Irgendeine Schriftrolle Weil der Levelaufbau Ziemlich kompliziert aussieht Hab ich so das Gefühl So für den ersten Einblick Okay Vielleicht kann man ja hier mal nachschauen Ob da irgendwas sein könnte Mit Ansage Mit Ansage Was ist los Hehehehe Lol Na gut nachschauen Wow Gut nachschauen Na komm Du verpiss dich Und du auch Komm Weg mit dir Unnütz Das Alchovio Müsse ich gerne haben Was ich mit Ansage Einfach mal so Grund Was für ein Timing Aber ich muss gut runterspringen Warum war mir das so klar Warum Ach nee Nee Okay Zweiter Versuch Kann ich es auch so Irgendwie auch versuchen Dass ich da irgendwas Hinsprissen kann Nee geht nicht Scheiße Muss ich es anders machen Muss ich es so machen Was anders nicht geht Nee Ich warte lieber Ich warte lieber Okay Versuch Nummer Zwei Warum 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 Nein 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 Bitte nicht Ich hab noch Ein Zwei Den will ich jetzt Etwas sinnvoll nutzen Ja Nee ich warte es nochmal Ich will das gründlich Einfärben Damit ich nicht nochmal Fäle Aber wirklich Kleine ist ein bisschen schwer Oder ich stelle mich einfach Nur richtig dumm an Das kann auch sein Es ist aber auch schwierig Da ran Okay Da ran zu kommen Puh Dann gehe ich mal direkt Nach unten Ich hab wenigstens schon Mein Ausrüstungsteil Ja eigentlich recht gut Soweit Aber so wie es aussieht Muss man erstmal Weiter nach oben So kann man auch nach oben So geht es auch Und zwar Sprungbäuer Wunderbar Checkpoint Aber dieser Level scheint Es etwas größer zu sein Der hat davor Keine Ahnung Es waren übelst Viele Checkpoints Vielleicht war Der Level davor Doch etwas kürzer Keine Ahnung Was hat sich so etwas Kurz angefühlt Wegen den vielen Checkpoints Irgendwie habe ich so das Gefühl Warum auch immer man da So viele Checkpoints Überhaupt in dem Level So eingepackt hat Keine Ahnung warum Aber mal um auf dieses Level Mal hier Darauf zu sprechen zu kommen Warte, das hat es überhaupt Überhaupt korrekt Auch ich gar nicht Ich lass einfach so stehen Es hat so ein Leichter Strandfeeling Hab ich so das Gefühl Naja wegen dem Wasser Eher Aber sonst vom Aufbau Vielleicht doch eher nicht Das war nach oben Ich hab jetzt auch nicht Nachgeguckt wie viel Wie viel Fisch Jetzt die letzte Stufe Von der Heckner verbraucht Aber ich denke mal Mit 1500 sind wir recht gut dabei Checkpoint ist oder da Wunderbar Ja mal zum Glück Wieder unsere drei Leben Das gefällt mir Dann nochmal Eines war so Bitte Das sieht ja nicht gerade gut aus Bewegen sich die Plattform Einfach so So ganz hippelig Irgendwie Somit Na Ach komm schon So mit Reflexe Ungefähr So bewegen die sich Okay Man kann damit auch etwas Hoch springen Mit denen Aber trotzdem Ein bisschen Aufpassen Wenn diese ruckartigen Bewegungen sind Etwas gefährlich Okay 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 Ja Trefft mich trotzdem Obwohl ich unter der Tinde bin Alles klar Ja gleich nochmal Weil es was schön war Nein Ach maaaan Ist ja wunderbar Einfach drüber hinweg sehen Als es nicht passiert Boah holy shit Ey Ist ja wirklich etwas heftig Ja hallo Ist ja gut Ich mach dir jetzt trotzdem alle weg Oder versuche es wenigstens Alter Die zerbersten meine komplette Ausrüstung Und du fühlst dich cool hier ne Was glaub ich dir Mal nach oben Ah ne wobei Ist hier unten irgendwas noch Ich will es nicht mal Ganz genau nachschauen Aber so wie es aussieht Ist erstmal nichts Das gehe ich erstmal weiter Was haben wir hier Erstmal Schalter aktiv Damit wir weiter kommen Sprachfehler Wie hier schon mal Der erste Schalter Schriftrolle ist immer noch Nicht in Sicht Glaub ich hab's mal wieder verpasst So ein ganz komisches Gefühl Ja ha 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 Ich will es hier noch Unten drunter irgendwas ist Weil sich diese Plattformen hier Nach unten Bewege Ach nach oben Bewegen Wäre ja möglich Fröhlich Oh Oh Das war Arschknapp Nein Scheint nichts zu sein Habe ich gerade Irgendwas gesehen So rein zufällig Warte mal ich mache das anders dann scheiße aber nur ganz knapp da kommen stoff ja danke ich hab doch schon seit schon die schriftrollen übersehen ganz bestimmt er war das hat mir jetzt was gebracht okay kann ich ja gleich alle aktiv und herr habe ich sogar jetzt über alle oder hier ist noch eine ich habe schon übersehen auf jeden fall aber da frage ich mich wo die dann war keine ahnung und jetzt ist er auch schon der elektro wills ach man ich hasse es wenn man level noch mal machen muss das heißt das seil so automatischen schlüssel bekommen haben wir alle schalter aktiviert haben ja kann ich eigentlich schon vergessen wo geht es jetzt lang so toll da bringt der letzte checkpoint aber auch nichts ne ach mal komm schon ey das ist doch scheiße das ist da unten überhaupt bräuchte unten überhaupt generell mal oder es ist einfach nur der anfang des levels ich weiß nicht soll ich aber dort mal darum verspringen dass es versuche ja warte mal dass der anfang des levels ja das anfang des levels das sehe ich so sehe ich schon wo war die schriftrolle ach man ist doch scheiße ach man erneut überhaupt kein plan wo die sein könnte wer das muss so schlimm gewesen wenn du alleine wärst oder was naja gut dann ja dann begebe ich mich erneut auf exkursionskurs nach der schriftrolle oder und wir sehen uns im level wieder weil diese gefunden habe bis gleich ne 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 ihr schweine ich muss mich deutlich besser umschauen aber die letzten level zeigen auch mal hier was wir drauf haben oder da gut anders sowieso sowieso gerade geschen seminärpe wenn ich nicht sterbe sehen wir uns gleich jetzt das mache doch mal folks diese zeit dämliche plattform diese dämliche plattform ah fuck legt mir am arsch dann schaffe ich auch nicht mal den sprung mann nein so nachdem ich das level jetzt auch seit vielen minuten geschafft habe ein kompletter tod mit allen drei versuche leider und jetzt habe ich wenigstens geschafft frustration demütigung okay das ist nicht aber naja okay trifft rolle 24 eine abhandlung über die mächtigen waffen welche von den oktarianern eingesetzt werden mit schwerpunkt auf dem einsatz von tentakeln zur steuerung das know-how hinter dieser technik ist im rest der welt 15 jahre voraus wunderbar ja dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat gibt gerne daumen hoch wenn ihr wollt könnt ihr mich gerne abonnieren aber das ist das würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschau leute macht's gut guck 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 guck